Die nächste Lady neben mir, stell dich doch kurz mal vor. Hallo, ich heisse Elham Sabi, ich bin aus Bern und ich studiere dort. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache da mal mit. Mal schauen, neue Erfahrungen sammeln, schöne Frauen, die ich habe. Sehr schön. Und wie hast du den ganzen Tag bis heute empfunden? Hat es dir gefallen? War es lustig? Warst du sehr nervös? Also am Anfang war ich schon sehr nervös. Aber mit der Zeit, die ich in der Jury gesehen habe, ist alles besser gelaufen. Also ich war nicht so stressig. Schön, dass ich die Nervosität nehmen konnte. Und was hast du für Hobbys, was machst du privat? Also ich spiele gerne Gold, zeichnen, Ausgang, Shopping. Also alles, was etwas Spass macht. Spannend ist, mache ich gerne. Sehr schön, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Okay. Okay. Geräusche ebenso am Anfang. Ich sehe Sonderberg. Bis zum nächsten Mal.